Ich bin auch unten. Sehr gut. Also falls kein Gegner kommt, können wir vielleicht versuchen, den Polianten zu kriegen. Also noch ist nix da. Oder? Doch. Ein Troll. Wobei, es Kraft gegen Panzerung ist vielleicht auch cool. Dann kann ich die vielleicht one-shotten, die komischen Panzerviecher, ohne dass ich den Kopf treffen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß leider nicht, wie viel da fehlt. Na, kannst du mich nicht die Kante runterschubsen? Ne, leider nicht. Oh, das ist aber schade. Das tut mir ja leid für dich. Och Mist. Da bin ich unten. Ich habe das geschafft. Na gut. Besser als in die Hand geschissen. 4% Crit-Kraft und 11% Äh. 4% Crit-Chance und 11% Crit-Kraft. Ich glaube, besser wird's, ne? Oh, können wir den nehmen. Den alten. Den alten hier können wir wegmachen. Einschmelzen. Und das hier können wir auch einschmelzen. Okay, da bin ich jetzt bei 579 Kraft. Angeber. Nice. Nice, nice. Wollen wir nochmal irgendwas? Such dir was aus. Ja, wollen wir noch in der Tat versuchen? Von mir aus. Einen Niederschlag tötet den Spieler sofort und Spieler leiden über Zeit immer wieder Schaden. Imperium entflammen, Veteran. Ähm, müsste man aber erstmal Bot, äh, Mitspieler reinkriegen hier. Also mach erstmal vielleicht, äh, in der Champion an, bis wir Mitspieler haben. Und dann ändern wir das um in die Tat. Tat, tat, tat. Hier kommt keiner. Wollen wir noch eine normale Champion-Runde machen? Oder? Nö, die machen wir die Untat. Machen wir die Untat? Einfach so? Ja. Okay, dann mach ich die mal an. Die einfachere. Die geht ja nicht verloren, wenn wir auf den Sack kriegen, von daher. Nö. Geht's vielleicht. Ein General geht schon. Ja, Generalkiste gibt's dafür. Ist das das mit dem Umfallen jetzt, äh? Ja, wenn du umfällst, bist du tot und... Ständig Schaden. Kriegst permanent Schaden, genau. Da, Imperium in Flammen und noch. Also könnte anschlussvoll werden mit den, mit, vor allen Dingen mit den Bots. Müssen wir mal sehen. Also wenn wir die geschafft haben, will ich mal unten noch was kurz im Keller schauen. Jo, geht klar. Was willst du denn im Keller schauen? Ja. Bei meinem Bett, da muss man was schauen. Ach so. Da hängen so komische Zettel und ich weiß nicht, ob das mit den Taten zusammenhängt. Wiss ich nicht. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass du ein Hexenjäger bist und die zur Law passen. Keine Ahnung. Aber ich hab keine Zettel bei mir. Weder die Elfe noch die... Äh, Feuer-Tante. Also Serena. Aber wir kommen nach dem Tod wieder. Ja, ja. Du respawnst. Das schon. Irgendwo dann halt. Aber du bist halt gleich tot. Da ist nix mit hinstellen. Eine Sportzeit. Ja, so kann man's auch sehen, ne? Oh. It's weak in the head. Ja. Just like you. Hehehe. Das ging ja schon mal gut los, die beiden Rothelms hier so wegzumachen. Hier ist ein Leech oder ein Sorcerer, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist er. Ja, nice. Okay, können wir hier in einem Doorway, können wir, glaube ich, verteidigen. Und von hinten noch nix, oder? Ja. Noch ein Leech. Ah, Leech. Ja. Genau im toten Winkel spawnt der. Ja. In welchem Winkel oder sonst, ne? Kill ihn. Aua. Nicht mich. Oh. Da wollte er gerade immun gegen getroffen werden. Bei dir? Ja. Mhm. Bei mir. Ist hier irgendwas? Ach da. Kill. Kill. Wollen wir da Grimms mitnehmen? Wahrscheinlich, ne, oder? Nehmen wir bloß vor die Hand rein, würde ich sagen. Ja, eben. Hat schon gesagt. Nicht dazu, wir kriegen ja ne Generalskiste dafür, dass wir das hier schaffen. Oh. Oh, gerade Lack gehabt. Lack? Ja. Okay. Mit dem. War nicht nur auf der Pistole. Mhm. Und hat genau im richtigen Zeitpunkt gerade geblockt. Ah, okay. Nice. Rob fire. So hinüber? Oh, nice. Nehmt doch mal eure Schilder weg. Die will doch keiner haben. Oder? Ja, genau. Dort oben, wo... Ja. Wo man irgendwo anlegt, ne? Ach, kommt man hier jetzt leichter hoch? Das ist ja cool. Ja, aber immer noch eine leichtere rein. Ja, kommt man bei der Eden-Map jetzt vielleicht doch leichter zu dem Grimm. Was denn du da unten? Lass die doch hochklettern. Ist doch eh Pfarrer, oder? Ja, hier kommt irgendwas. Okay, nice. Weg. Heilt dran, noch? Ja, da. Oh. Alter. Immun gegen Kopfschüsse, oder so. Das ist für ein blöder Bot. Will er den mitnehmen, oder was? Ne. Na, dann lass uns. Keine doch von die beiden. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wir wollen sie ja auch nicht zwingen, zu ihrem Glück. Ja. Ich weiß nicht, wo das Gas ist. Super, Stuck. Stuck? Ja, der steht immer auch da hinten. Also, ja. So, wir machen, wenn man Spaß macht. Da weißt du, warum er nicht aufgehoben hat. Also, den Grimm lassen wir ja da, wo er ist, ne? Was ist das, der Grimm? Ja, das ist der Grimm. Hier gab es noch einen Foyanten. Äh. Bin ich gerade falsch? Ja, müsste noch einer kommen, irgendwo. Ey, der kommt später. Der kommt später in dem Tunnel. In dem Loch, in der Wand. Wo das Skelett ist. Und der letzte kommt ja dann ganz am Ende. Ich hätte bald noch gesagt, dass der hinten noch einer ist. Achtung, Horde. Äh, wo will man machen? Okay. Bin nur hier reingegangen. Ja. Oh, aber es ruggelt. Wow, wow, wow. Alles tot. Dann komm ich mal zu dir und helf dir mal so ein bisschen, ne? Hm, 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 hm. Äh, es geht schon gut ab. Nice. Echt gut. Geh hier oben mal die Truhe öffnen. Huch. Ne, geh ich doch mehr, weil ich zu doof bin und runterfalle. He, 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 he. Oh. Achtung. Äh, grüner. Ah, schön. Oh, ne, die kommen hier lang. Oh, ich dachte schon, der Bot scheuchte jetzt auf. Hier ist ein Heiserang. Nice. Bombe. Ja, wo denn? Gut. Verdammte Patrouille, schnell weg hier. Ich dachte, sie ist so nah gespawnt, ne? Aber das ist genau auf der anderen Seite. Na, natürlich. Mist. Die klingen, als wären sie genau da. Oder? Bleib auch hier. Die das mal aus Versehen, die Patrouille mit erwischen. Das war mal wenig effektiv. Nimmst du den mit in den Foliehanden? Ja. Den letzten Foliehanden lassen wir dann. Nimm mal bloß zwei mit. Würde ich sagen. Danke. Warum bin ich jetzt schwarz und weiß? Und das für ein Fehler? Bei mir ist ja alles grau. Echt? Ja, bei mir auch. Nach der Heilung geht's. Ja, war's bei mir auch vorher schon. Weißt du. Na gut, macht der Sinn, weil wir liegen ja mit Emma. Shit, die sind hier. Also, ich komm. Nein, weg. Uh, haben wir die überlebt, ey. Ja. Ich dachte, wir können den irgendwie ausweichen und entkommen. Nice. Achso, das war Gruber. Na gut, trotzdem nice. Alter, dass das jetzt hier schwarz-weiß ist. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Bitteschön. Hm? Bitteschön. Immer wieder gerne. Was denn? Dass das jetzt hier schwarz-weiß ist? Ja. Sein Verdienst. Hm. Okay. Na, dann ist er gut. Hä, geh, gehst du hier hoch, um zu schauen, ob was ist? Auf was wartet dich da? Äh, Zweck. Zweck, Sturmratten. Na, super. Letztes, wehe. Zum Preis von einem. Hier ist Heilzeug. Zieh mir mal hin. Wir hatten noch gar keinen Miniboss. Du schreist bloß, ne? Ja. Stimmt. Ich hätte die Gusche halten sollen. Stimmt. Geh mal aus dem Weg. Ich seh nix. Ach, ich hab den umgebracht. Okay. Der war ja schon gut. Ja, jetzt hier die Fässer holen. Das machen wir am besten zusammen. Weil die Bots werden hier nie besonders hilfreich sein. Achtung. Berserker. Ich glaub, da ist noch ein Berserker. Ich hör ihn. Okay. Der Berserker ist hinüber. Ich geh fort zur Kare. Ja. Das ist das. Okay. Auf zum ersten Fass. Renn. Ja. Sehr gut. Das nächste ist leider oben. Hm. Sieht gut aus, so weit. Ach schon mal. Okay. Letztes Fass. Können wir durch den Keller gehen hier. Wo? Hier? Hier. Na, okay. Hast mich. Sehr gut. Unten ist nochmal Muni, falls du brauchst. Voll. Na gut. Rorde? Jo. Na, hier ist einer. Den muss ich nochmal umbringen. Hier so eine Truhe mit nix. Da ist das Fass. Verteidigt ihr mich? Oder was macht ihr? Wie denn? Ja, vor mich laufen. Oder bei mir bleiben. Ja. Wie soll ich vor dich laufen? Achtung. Danke. Freiheit. Yay. Ja, ist drauf. Okay. Sehr gut. Du sollst das Ding bloß noch vorschieben. Und danach schwer anzünden. Und dann den Impact überleben, ne? Genau. Alter, das ist permanent Leben verlieren, wenn der Kahn hier so langsam läuft. Fährt. Ja, wir haben noch zweimal Heilzeug. Ähm. Bei dem Event hier am Ende, dass du rennen musst, kommt dann ein Boss. Den können wir ignorieren. An dem können wir einfach vorbei. Ich weiß nicht, welcher es sein wird. Das letzte Mal war es ein Stormfiend. Den haben wir einfach weggemacht, weil die sind ja nicht so schwer. Ja, ich mach an. Ja. Ist an. Ja. Okay. Hier ist alles tot. Wir können hinterher. Ja. Da ist noch ein Stormbomb. Okay. Wo? Tschüss. Von hinten. Ja. In über. Äh. Den letzten Foyanten noch mitnehmen, oder? Nee. Weil da das Vieh ist, und das müsste den Bot mitnehmen. Das ist, glaube ich, zu risky. Oh, da war ein Grüner. Hier ist ein Heilzeug. Ich weiß nicht, ob wir uns das gönnen wollen. Ja, genau. Ja, aua. Ich bin schon unten. Ich bin auch unten. Ja, gut. Also, falls kein Gegner kommt, können wir vielleicht versuchen, den Kodianten zu kriegen. Also, noch ist nix da. Oder? Doch. Ein Troll. Ja, dann lassen wir den in Ruhe und verpissen uns. Ja. Aua. Ja, hast du mit denen in Ruhe lassen. Der haut mich ja. Dixi, weg hier. Nimm doch mal dein Schild darüber. Das will eh keiner. Es ist halt schwer, den letzten Folianten hier mitzunehmen bei dem Vieh da. Du kriegst hier immer noch einen Boss. Auf den letzten Metern inzwischen. Also, zumindest war's bei mir die letzten Male immer so. Nice. Wir haben die Untat geschafft. Ja, Untat. Obwohl, eigentlich ist es logisch, wenn du dir die Karte anguckst, du hast eine riesige Freifläche, wo der eigentlich nur wartet. Ja. Du kannst den eigentlich auch machen, wenn du ein gutes Team hast. Ja. Wenn du irgendwelche Leute mit hast, die schönen Boss-Schaden machen. Ja. So, Koffer des Generals. Und was kriegt man noch? Wahrscheinlich nicht viel für die zwei Folianten, ne? Nö. Gibt ja nicht immer schnelles Spielbonus. Naja. Naja, mit Renauds Geschenk kriege ich auch nichts. Im Bürger habe ich gekriegt. Bürgerli. Na, ich habe fast in so einer Ortgegen. Ja? Okay. Hier, wunderschön. Alles grün. Grün, grüner, am grünesten. Was, so weit bist du schon? Wie? So weit bin ich schon. Jetzt bin ich erst in der Feste. Ach so, ne. Ich meinte die, bei der Statistik, die Kringels. Ach so. Mal sehen, was jetzt rauskommt. Ähm, blau, grün und blau. Blau, blau, grün. Amolette. Bei den Bürgern wird ja bestimmt ein ganz großes Zeug rauskommen. Nämlich blau. In der Tat. Noch in der Tat. Das Kriegslager Wetteranen. Eliteeinheiten haben doppelte Gesundheit und teilen doppelten Schaden aus. Ersetzt alle umherwandernde Feinde mit mächtigen Gegnern. Das ist ja ein Traum. Jetzt habe ich einen blauen Zweihänder gekriegt. Schön. Ja, das ist ja eine grandiose Tat. Wie man da gekriegt hat. Wollen wir die irgendwann nochmal machen? Ja. Fettbar, ne? Ach so, hier, den brauche ich auch, ne? Hätte ich auch einen Schmelz. Den kann weg. Besseres. Weg. Weg. Den wollte ich lassen. Wieso, den lässt er? Ähm, ja, weil 233 Halskette. Okay, nice. Ja. Aber ich lasse die jetzt erstmal noch auf blau. Ich werde die dann auf orange hochrüsten, weil äh, ich momentan noch verbindete wieder äh, Herstellen drin hab. Der. Okay. Meiner momentan, die noch 186 hat. Kraft. Jo. Also, also, 53 mehr. Lohnt sich das? Ist es, ne? Ja. Ja, wie ist es? Nach innen machen oder aufhören? Äh, ich bin erstmal fertig für heute. Ich will noch dann anderes Game noch anzocken. Jo, dann hören wir jetzt erstmal auf. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. War ja doch ne relativ erfolgreiche Runde. Auch wenn irgendwie nie viele Pubs unterwegs waren. Aber trotzdem. sehr gut. Mit zwei heldenhaften Taten diesmal nicht heldenhaft verkackt. Das war schon mal ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo, super. Und wenn ihr da auch noch auf die Glocke drückt, dann kriegt ihr sogar eine Mitteilung jedes Mal, wenn hier ein neues Video kommt. Und Anmerkungen und Kommentare sind natürlich auch immer gerne gesehen. Alles denn, hast du noch irgendwelche Abschlussworte her, Herr Salzbrand? Ja. Ahoi und let's fetz. Let's fetz. Let's fetz.